So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Truhe in einem Match, bevor du Schaden erleidest. Da müssen wir ja insgesamt sieben Kisten suchen. Ihr seht es gerade schon, ich habe die Aufgabe abgeschlossen, aber ihr denkt wahrscheinlich genau dasselbe wie ich. Ihr müsst nicht in einer Runde die Rückter schaffen, sondern insgesamt in sieben. Also macht euch da keinen Stress, wo ihr landet, sondern landet ganz normal, macht eine Kiste auf, macht eine zweite Kiste auf. Selbst wenn ihr sterbt, ihr werdet, das Ganze wird trotzdem gezählt. Das dachte ich nämlich auch, da ich sieben Kisten öffnen muss und dann erst die Aufgabe geschafft habe. Aber ihr seht es gerade, ich war nämlich eben schon bei fünf, bin jetzt hier reingesprungen und ihr seht es, Kleider trotzdem erhalten. Also ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Denkt daran, ihr müsst die sieben Kisten nicht in einer Runde schaffen, sondern ihr müsst halt die sieben Kisten insgesamt, also kann auch über vier Runden verteilt sein, kann auch über sieben Runden verteilt sein. Dann habt ihr die Aufgabe auch geschafft. Ihr seht es, ich habe es jetzt auch schon geschafft. Ich dachte nämlich wirklich, in einer Runde sieben Kisten ist nämlich nicht ganz so leicht. Wenn man dauernd Gegner bei sich hat, nervt das Ganze nämlich schon. Aber ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei der nächsten Aufgabe. Und haut rein.